Loredana Wollny hat sich den Namen ihres verlobten Servet tätowieren lassen. Was macht sie, wenn sich das Paar einmal trennen sollte? Jetzt spricht sie Klartext. Mit ihrem verlobten Servet, 25, schwebt Loredana Wollny, 20, noch immer auf Wolke 7. Das Paar wurde Ende 2022 nicht nur erstmals gemeinsam Eltern. Ihr Söhnchen Aurelio ist ihr Ein und Alles. Nun geht ihre Liebe sogar bis unter die Haut. Auf Instagram zeigte die Tochter von Silvia Wollny, 59, jetzt der ganzen Welt, wie sehr sie ihren Verlobten liebt. Denn die 20-Jährige hat sich nun sogar ein Tattoo für ihren Servet stechen lassen. Doch dann ist überraschend bereits von Trennung die Rede. Loredana Wollny. Was geschieht mit dem Liebestattoo für Servet bei einer Trennung? Seit neuestem schmückt ein Unendlichkeitszeichen Loredana Wollny's Körper. Unterhalb des Schlüsselbeins ranken sich in dieser Form jetzt Rosenblätter, um den Namen Servet, und das Datum 17. 04. Den Jahrestag des Paares. In einer Fragerunde auf Instagram konnten Fans nun noch einmal einen Blick auf das neue Liebestattoo der Wollny-Tochter für ihren Verlobten Servet erhaschen. Welche ein Liebesbeweis? Im gleichen Zuge brennt ihren Fans jedoch eine ganz andere Frage auf der Seele. Was würde mit dem Tattoo passieren, wenn ihr euch trennen solltet? Fragt ein Nutzer in der Fragerunde. Kann sich Loredana eine Trennung von ihrem Servet überhaupt vorstellen? Scheinbar nicht. Sie betont, über sowas brauche ich nicht nachzudenken. Man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Aber wichtig ist das jetzt. Ich liebe Servet und er ist der Vater von meinem Sohn, somit für immer ein Teil meines, unseres Lebens. Da scheint die verliebte Wollny-Tochter ja nicht an eine baldige Trennung von ihrem Servet zu denken. Zu wünschen wäre der kleinen Familie rund um Sohn Aurelio, eins, ein Happy End ohnehin.